Guten Tag und herzlich Willkommen hier zurück bei WellplayBaronBenny. Wir spielen eine Runde LuckySG zusammen mit dem CoolerCube. Guten Tag. Und LuckySG ist nur wie normales Survival Games und dass da hier so nur Schwämme sind, woraus man eigentlich meistens schlechte Sachen bekommt glaube ich. Schwämme? Schwämme? Ja, du musst auf die Schwämme drücken. Diese gelben, siehst du? Die sind so gelben. Normalen gelben Schwämme. Da kriegst du deine Items. Okay. Außer beim Spawn da gibt es halt die Kästen. Ja. Guck mal, ich hab den anfangen verkackt. Ich hab drei Schneebeile bekommen. Wissen du. Da bist du. Ich weiß gar nicht, ob mein Team darf, wenn wir es trotzdem machen. Es steht hier nichts von Team verboten, also. Ich will noch weiter genau. Okay. Äh, ich seh leider noch keine Lucky-Glöpfe. Da hinten ist einer. Da hinten, Alter. Oh, sah! Eigentlich sind die viel häufiger. Ja. Wurste dich. Okay. Äh, bleib nicht in meiner Nähe, wenn ich den nehme. Weil, kann sein, dass da ein Loch kommt, wo du runterfällst. Okay. Ich hab Schnelligkeit bekommen. Ja, geil. Aber jetzt. Hier sind sie. Die sind irgendwie sehr wenig Lucky. Da sind sogar zwei. Ein Krieg zu ich gegen. Okay, zuerst machst du besser. Ich nehm den, den der Wand ist. Ja. Okay, dann nehm ich den anderen. Ich hab Eisenswürstung, ja. Das Fleisch. Lass mal. Da oben auf dem Haus ist eins. Okay. Das ist aber lustig irgendwie. Ja, eigentlich schon, weil... Eigentlich kommen die viel öfter vor. Haben sie ja in Erinnerung. Holst du dir den jetzt? Ja. Weil ich schon Rüstung hatte, ne? Guck mal ob da zwei sind vielleicht. Ich hab den Wu gemacht und hier ist nix. Hast du schon genommen, deinen? Ja, der war aber... 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 Du hast auch noch vergessen und schneebeln. Ach, Kisten gibt's auch noch. Nein, die Wand... Daraus ist daraus in die Kiste gekommen. Achso. Da... Da hätten wir noch einen Lucky Block. Wo? Du weißt, wo ich bin? Ne. Wir runter. Wir werden jetzt beim Eingang. Aber warte mal, ich hab einen gesehen. In der Wand. Nein, ihr wollt das meinen? Ich probier den. Oh nein, wir werden beide sterben, glaub ich. was ist man den da hinten holen der da war er war bei den häusern da hinten aber ich habe auch nicht vor aber wusste ich beim schnitzel jetzt 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 mit dem was sie noch bekommen lucky block das geht jetzt mal in das haus reingucken das ist richtig schwer den zu bekommen hast du hier gibt es ja auch noch normales ich habe ich krieg den nicht oder doch ich könnte den bekommen von mir vielleicht weiter aber ich viele rüstungen drinne nein volle kettenrüstung war da drinne ich habe hose und dings für dich hier aber schuhe habe ich auch noch ist hier noch vielleicht was ok mal gucken ob wir noch ein paar lucky blöcke finden ich habe kein gesprächsthema hier auch nicht aber wir zocken jetzt einfach einfach hier waren wir doch schon oder weil ja für welches texture pack hast du nochmal ich habe das wegs pro bd bd oder pd keine ahnung ist einfach richtig richtig innovativ weil keiner hat das habe ich so gehört ja alter ich auch ey weißt du was ich jetzt mache dieses wochenende ich hoffe meine sound der aufnahme läuft weiß ich nicht was machst du denn was machst du denn was machst du denn einfach so ein richtig lollischen texture pack okay mach das mal ich bin gespannt wenn es gut ist zum beispiel eine vorstellung oh ja aber wenn es scheiße ist dann mache ich keine aber du spielst trotzdem damit wenn es eine runde für 1000 euro domini gib mir auch mal 1000 euro für dir jetzt vielleicht ja gut ja gut okay dann übrigens die abonnenten die du heute bekommst ne oder morgen was wirklich so abonnenten nicht ich ja ja die tausend euro kriegst du denn jo und leuchten ist voll cool aus hier war ich soll ich dir die aufs konto überweisen oder alles in bar du musst hier rüberfahren ja ich glaube hier war schon jemand drinnen ja mag hat sie einfach gemutet soll ja ruhig ich wusste nicht mal dass der mark heißt ne da haben wir doch nicht auch nachgeguckt vor allem einfach keiner weiß wie wir damit meinen ok das ist es wer ist dieser geheimnisvolle mark hier war schon überall jemand drinnen ach er hört uns auch nicht wo wollen wir nicht hier doch da oben ist ein geiles teil ich schuld davon gute sachen raus was soll das alter ledermäuse badminton was hier ok es ist eine quest wenn sie es schaffen alle fliege zu töten kriegen wir den chest ich habe hier war auch schon immer so ne da oben ist aber noch einer ruhig jetzt hin ja sehe ich muss nur noch überlegen nicht da entkommen ich habe noch einen gefunden ja wieso ich da dran komme krass die krass die krass die krass ist vielleicht da oben noch was holy fuck was denn wo ist der na wie komme ich da noch am besten ran das weiß ich nicht cool auch ähm komm mal tu mir ok warte ich bin hier beim haus ok warte als ich das letzte mal lucky block gespielt habe ich viel mehr bezahlt bekommen was da fuck ein dinner bone was das denn ich habe einen lucky block gefunden es ist äh dinner bone wenn du jemand wenn du einen mob zu nennst ist es umgedreht ok also und da ist einfach gerade ein dinner bone rausgekommen alter hier sind voll viele schweine rausgekommen wo bist du hier ist übrigens noch ein lucky block kiste nice wo bist du ich bin hier ist nichts mehr warte weiter nach beschreibe deine umge es ist sehr kahl und düster und ganz viel sand und glas und eine fledermaus lol ich wurde teleportiert wir wurden durchgemischt irgendwie bin ich immer noch da wo ich war ich war ja ok wir wir beide wurden durchgemischt ja da bist du natürlich du brauchst noch was besseres ey ich glaube lass mal aus der stadt gehen alles ach deswegen ist team so scheiße warum ey da sind schweine ey der hab ich doch gespawnt warum ist team scheiße na zum beispiel wenn alle spieler durchgemischt werden ja ja gut manchmal kann er was gutes rauskommt manchmal aber auch was schlechtes so dass du jetzt zum beispiel neben irgendeinem geportet wirst und der ja so wurde es vom pet ich wurde geheilt lass mal da reingehen da ist ein lucky block schau mir den ich schau mir den ich schau mir den ich schau mir den oh ich krieg schaden alter ich will sterben tut mir leid ich geh tschau oh ich steh doch nicht einfach nur aus dem prinzip hab ich jetzt bock dich zu schlagen ja ich hab aber noch die hälfte meiner leben ja das ist scheiße irgendwo muss doch was sein hier oh nein es wird die stargröner pass auf dich auf ab 1 was passiert was war da drinne er hat einfach nur muh gemacht wieder was ist das ganz wir sind ganz weit weg cola wo sind wir hier da ist was er hat muh gemacht ich hab jetzt äh zwei herzen mehr nee willst du noch irgendwo was wo ist dein Wasser ja ich war voll okay das bisschen gibt es ja kein deathmatch oder so ich war nicht alle Kisten wurden auch gefüllt wir können nicht wieder zurückgehen ähm ab zum spawn aber warte mal ach stimmt wo ist der war auf mich zu schlagen ich wollte das ich wollte das ja komm ich weiß wo hier das Spawn ist hast du eigentlich schon das Projekt kommt eine extra Folge für ernsthaft hast du dich schon gemacht was habe ich noch nicht gemacht und wann machst du die wenn der trailer fertig ist ach so und den lässt du denn da hast ein lucky block der ist ja voll gut versteckt das ist halt was habe ich bekommen guck auf deinem Kopf hä what the fuck ich stehre sie mir auf einmal hatte so einen tipp das ist wahrscheinlich das man mich jetzt besser sehen können oder so na klar wo ist das von jetzt hier hinten wo das aber noch ein lucky block ich hole ihn dir ich hole ihn mir kann ich wer schneller schwimmen nein du musst auf mich warten am steinschwert bekommen ich hab das in der tagetausch bekommen ich hab jetzt ein diamant schwer ich hab ein eisenschwert für dich ja warte ich guck erst mal wenn ich vor noch so schön leer ist ich würd mal sagen einer von uns wie der sich einfach alles sucht, ich hab was reingetan ich hab was für dich reingetan hier oh alter jünger, du willst bestimmt auch so ein hübsches eisenschwert ich hab ein eisenschwert hör auf damit, hör auf damit kombo warte hier bessere schuhe wir hatten sogar federfall ok lass mal den einen wiederholen, der ist da lang gegangen ok unsere inventars wurden getäuscht, sonst hätte der uns gerackt der hätte uns richtig der hätte uns richtig gesnackt tja gestört nennen wir es mal holen jetzt die sachen euch da drin auch auf ja alles wird aufgefüllt lol hier war so ein schaf jepp hieß der ja dann wechselt er alle dann wechselt er immer die farbe ah ok du hast jepp getötet da oben ist was noch, siehst du das? da hinten meinst du auf dem berg ja erklär den wir jetzt drauf ich hab keinen kompass einfach den hier erstmal ok hol mir den auf dem berg oh gott ich hab neusty na hier die sind schwindelig ok wie soll man da hochgehen? hab ich auch bekommen ich hab irgendwas in der gruppe hier oben da neben dir war ein lucky block hinter dir da ne crafting bench oh da oben aber noch einen das hab ich ganz genau gesehen äh äh was machst du da oben? hier sind auch ganz viele sachen naja dann kam ich mal mit wochen da aber hier ist noch einer bei wahrkeit die gewährschläge auf einer tour die sie vielleicht das leben kostet lol was passiert hier hier ist ein villager gespawnt der heißt Heinz Heinz ja der will Keks der will Keks eintauschen der heißt nicht Heinz doch bei mir heißt der Heinz schon nur irgendeine Flasche auf mich geschmissen bekommen ok äh irgendwie runter ohne Schaden zu bekommen da ist was lustig wär jetzt wo bist du? äh wirklich ja weil der einfach die selbe finde die alle Kisten ich geh nochmal rein in die Mitte obwohl die Dings wurden wieder aufgefüllt ne guck mal hier die lucky blocks sind wieder da oben müssen wieder drei stück sein Alter holy fuck im Wasser war auch noch einer Alter Leute ich hab hier ein Anvil ich bin da mein Schwert um er zerstöre ah kann ich nicht oder? ne kann ich nicht 7 Level wir fahren jetzt auf das 7 Level ja ähm in der Mitte wir sind gleich in der Mitte ne irgendwo hier ist das ja einfach geradeaus boah diese Runde dauert das irgendwie voll lange weil irgendwie ok hinter dich steht einfach so ein Villager ok da oben ist noch ein lucky block ja du hast ja noch gar nicht angesprochen wer ich bin du bist cooler cube weiß ich das nicht? auch nie ne ne das weiß ich eben nicht ja er ist ein sehr kleiner YouTuber mit 4 nice und das das der 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 ich und dann schraubch der ab ich hab ich hab die meisten ich habe jetzt hier was für dich erstmal die mitte geben die ganzen sachen die kisten tun wie wenig brauchen das ist das ziemlich unfair von uns eigentlich weiß nicht ob team überhaupt gar erlaubt ist doch nicht ich glaube auch nicht wir werden einfach gleich auf vorne gewandt das mit starten in drei sekunden schnell noch eisenschuhe machen obwohl ich habe eisenschuhe oder so doof ich hätte mir ein hell machen sollen ähm deathmatch kein team mehr ne ja ok hör auf, hör auf, geh weg alter, du bist nicht naja was macht der da? lol, hast du das gesehen? der hat nicht mal geguckt oh mein god das ist der Oh man, good game. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Gegen Endo haben wir ein bisschen wenig geredet. Sorry für die Scheiß-Kommentar-Tor. Okay, das war's. Ich bin ziemlich scheiße gerade. Guckt bei KulakYu vorbei. Er macht auch ab und zu mal gute Videos. Also meistens, wenn er mit mir aufnimmt natürlich. Ja, wir müssen auch noch dich aufnimmt. Für dich oder was? Ja klar. Ach so, okay, dann könnt ihr hier, nachdem ihr diese Folge geguckt habt, könnt ihr bei KulakYu sofort weitergucken und tschau. Ich hab die Soundortei vergessen.